Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Geometry Dash. Diesmal spielen wir aber nicht das normale Geometry Dash, sondern es gibt hier mehrere Levels oder mehrere Spiele sozusagen davon. Und ich teste jetzt nochmal ein anderes davon. Es hat leider nur drei Level. Es war aber jetzt nicht so schlimm, wollte ich mal ausprobieren. Ähm, aber natürlich werde ich auch noch anderes für euch testen auf dem Handy. Also nächstes Video auf dem Handy ist dann nicht Geometry Dash, aber was anderes wahrscheinlich. Klar was anderes. Und, ja. Ähm, ja, dann machen wir es vielleicht mal abwechselnd. Gut, dann fange ich mal an. Kassel-Werbung. Nochmal. Das Blöde ist, es lackt jetzt hier auch wieder ein bisschen. Das heißt, bei mir ruckelt es ein bisschen. Ich kann nicht so wohl spielen. Ich habe es schon mal weiter geschafft. Damit ihr nicht denke, ich wäre hier völlig bescheuert. Toll. Ich bin echt zufrieden mit mir. Nein. Jetzt hätte ich es fast geschafft. Ups. Okay, nochmal. Nein. Oh, nein. Nein. Hier ist wie losrockt. Auf einmal. So. So. So leise, so. Und da ist alles versaut. Noch ein Versuch. Nachversuchen wir ein anderes Level. Obwohl das das leichteste ist. Okay, okay, komm. Irgendwie hat man schon den Ehrgeiz, das zu schaffen. Ah! Okay, wirklich jetzt nur noch ein Versuch. Wenn wir es dann versauen, können wir es ja nochmal am Ende danach nochmal versuchen. Gut, komm, wir probieren es am Ende. Knock M. Oh, oh. Oh, das sieht nicht gut aus für mich. Oh. Diese Musik bringt mich so auf den Nerven. Ich hasse, ehrlich gesagt, diese Musik. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht magst du ja eine von euch. Aber ich hasse diese Musik. Komm, schwerste. Oh, oh. Ja, ja, ja. Jetzt wird hier losgefeuert. Oder vielleicht auch nicht. Nein! Ich kann meinen Mund aufreißen. Oh, oh, oh. Ich hasse Werbung. Noch einmal das Schwerste. Oh, nee, komm. Einmal Knock M und dann noch einmal das Leichteste. Und dann beenden wir diese Folge. Wird hier richtig losgerockt. Shit. Ach, komm, das Leichteste nochmal. Ich schaffe mir mal besser als 19% hier. Boah. Das ist mein Lieblingslevel in diesem... In diesem... Ding. In diesem Spiel. Ach, komm. Jetzt mach ich mir den gleichen Fehler. So. Nein! Ich hab's leider geschafft. Okay, also einigermaßen geschafft. Komm. Ein einziger Versuch, dann beende ich diese Folge. Oder dieses Video. Ach, bitte. Komm, komm. Ich muss da einfach lang drücken. Ich werd hier hier gezwungen, weiterzumachen. Gut. Neue Bestzeit. Und damit beende ich diese Folge. Oder dieses Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und nächstes Mal kommt dann was anderes auf dem Handy. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Dann geht's. Dann passt auf 2, bis zum nächsten Mal.